Willkommen zurück zu Let's Play Portal. Wir sind in Testkammer 19, wir sind in der letzten Testkammer. Okay. Wow. Ne, okay, war nichts. Was ist jetzt? Ah, es ist schon geschafft. Achso, ja, dann sag mir das nochmal, eh, noch. Dass ich es geschafft habe. So, jetzt haben wir's. Wollte ich schon sagen, aber stimmt doch da nicht, oder? Perfekt. Ja, ich wollte schon sagen, aber ich bin bestimmt da jetzt gerade nicht. Aber es wurde schon geschafft. Ja, das war doch einfach, oder? Okay. So, ich... Ja, genau. Genau. Ich bin zwar eigentlich noch besprungen, aber lassen wir's halt. Mensch. So, jetzt können wir aber... So, perfekt. Gratulation, der Test ist vorüber. Dankeschön. Oh, Kuchen. Alle Appertür-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Äh, ne, danke. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Äh, Siegerfahr? Warte für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Äh, Ende. Äh, nein. Nicht Ende. Was soll das? Ich dachte, ich krieg Kuchen. Warte mal, da hinten ist ne... Das ist ne weiße Mann, oder? Kann der Vorteil... Ne, man kann einen Vorteil entschießen. Ach Gott, die wollen mich grillen. Ja. Haben sie auch geschafft. Geil! Können wir nicht ins Portal reingekommen? Ach, verdammt, ich bin nicht ins Portal reingekommen. Was war das denn? So, jetzt komm ich aber rein. Definitiv. Und, komm schon. Oh, komm schon. Ja, jetzt bin ich reingekommen. Ja, stopp jetzt. Tschüss. Ich, ich, ich... Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Ach, halt die Fresse. Wir lieben eine Party zu Ihren Ihres enormen Erfolges. Was möchte ich versetzen? Blau. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Vergessen. Ganz vergessen, Computer. Um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verbessern das Fest. Alter. So. Hier ist die Tür. Oh, und die kommen sogar rein. Na dann. Was machen? Dann sieht uns keiner. Na ja, werden die gebaut, die Tarots, die Tarots hier. Okay. Jetzt die nächste Tür, die ist verschlossen und die ist auch verschlossen. Ja. Okay. Problem. Wir denken mit der Teilung und gehen da einfach rein. Was machen wir uns so einen Stress? So. Hallo. Wo sind Sie? Sie sind schon hier. Ich kann es fühlen. Hallo. Ne, nicht hallo. Was? Wie bin ich gestorben? Lächerlicher Tod. So. Jetzt aber. Hallo. Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Wie gesagt, ich bin nicht da. Jetzt aber, oder? Jetzt hat es geklappt. Ich sage, wir müssen da erstmal wieder hoch. Was geklappt hat. Da gibt es eine Tür. Werden wir sie nochmal öffnen. Und es geht nicht. Ja, moin. Gut, dann gehen wir mal da hoch. Mal gucken was. Da ist so. Da ist eine offene Tür. Was ist das? Äh, Filmraum. Ach, hier sieht man jetzt Statistiken, oder was? Dollar and Sensor. Come with Black Mesa. Okay. Ich glaube, Black Mesa ist so ein Konkurrent von dem. Ja, ich glaube. Hm. Aber alles verlassen hier, hm? Hey, kann man die kaputt machen? Nee, schade. Wäre aber geil gewesen, oder? Nee, schade. Kann man nicht kaputt machen. Was ist hier noch drin? Oh. Einer der Tests, come on. Wir wurden eins beobachtet. Okay, was ist hier drin? Also, ne? Noch einer dieser Testskammer, ne? Ja, sieht so aus. Okay. Die Tür ist offen. Okay, die geht von der anderen Seite nicht hoch. Alles klar. Und gut, dann geht's hier nicht weiter. Oh, da geht's hier weiter, oder? Oder da unten? Nee, von der unten sind wir gekommen. Oder geht's hier weiter? Was? Nach oben? Rum? Achso. Ja, okay. Dann ist ja klappt. Hä? Ja. Ich wollte gerade sagen, maximale Beschleunigung. Was machen Sie denn? Nichts? Sie haben es noch nicht geschafft. Ja. Das ist die falsche Richtung. Hallo? Ich bin jemand. Nö, hier. Ist wieder. The cake is alive. The cake is alive. The cake is alive. The cake is alive. Stimmt, ist der alleine. Wir gehen rein. Was ist hier los? Oh, da kommt ein Cube. Hi Cube. Was? Hey. Cube, komm zurück. Dann werden wir hingebracht. Ja. Wir sind nach unten. Wie sind wir? Was? Der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex. Zu Ihrem Kuchen. Hm. Der Test war toll. Und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Moment mal. Euch mal stimmt die nicht. Wir waren auch gerade in der Testkammer, oder? Und hier ist kein Aufzug. Oh je. Der Kuchen ist angeschnitten. Ich habe gesagt, Sie sollen warten, aber Sie wollten nicht. Es ist einfach noch das, dass Sie mich machen. Mhm. Euch mal, das ist hier passiert. Was dem Papier dann nicht gefällt. Okay. Ich dachte schon, ich bin tot. Ich bin runtergegangen, weil ich dachte, ich bin tot. Aber ne, ne. Scheiße. Ach so. Ich sehe es gerade. Kommen wir hoch. Okay. Jetzt haben wir's. Und jetzt muss ich glaube ich hier wieder untertauchen. Oder? Ja. Sieht aus. Ich meine, jetzt bin ich nicht runter. Ja. So klappt das doch auch. Oder? Ich mache das. Ich mache das Portal mal da hin. Dann springe ich hier in so Orangenportal rein. Oh, okay. Ah, und dann hier und da. Okay. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. Das sieht doch gut aus. Okay. Das ist die falsche Richtung. Recht. Wo wollen Sie denn hin? Irgendwo? Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wohin Sie gehen müssen. Ah, das will ich. Ah, auf den kann man's draufstellen. Von da aus kann man eigentlich was erreichen. Oder? Da drin jetzt glaube ich nichts. Aber sonst. Doch da kann man eigentlich was erreichen. Wenn wir jetzt versuchen ins Portal ins Sprengen, dann hat das gepasst. Okay. Oh nein. Und ich dann wieder. Wir haben doch nur so getan, als ob. Das war toll. Nein, war es nicht. Ist da jemand? Was? Warum bin ich jetzt tot? Äh? Da war. Wo ist mein Portal hin? Sag mal. Was? Wo war mein Portal wieder hin? Ich hatte mein Portal genau da hingesetzt. Und ich dann wieder. Wir haben doch nur so getan, als ob. Das war toll. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, komm. Was ist denn das? Ich werde jetzt wieder eingehen. Okay. Das hat funktioniert. Jetzt sind wir hier oben endlich. 10.000 Jahren. Hier ist niemand. Ah, da wo? Ah, da ist jemand. Okay. Mhm. Okay. Gibt's ne Tür? Können wir nicht öffnen. Also nochmal da höher. Ja. Das ist jetzt nochmal eine weiße. Eine weiße Wand. Die ich anschießen kann. Und dann müssen wir genau wohin. Achso. Okay. Okay. Ich muss dann mit Massen mal Beschleunigung arbeiten. Also, Massen mal Beschleun... Massen mal Beschleunigung. Komm schon. Alter. Jetzt aber Massen... Was ist denn das? Massen mal Beschleunigung. Jetzt. Okay. Dann sind wir eigentlich relativ gut hier durchgekommen. Ich denke, ich gehe da durch. Das ist falsch. Es ist nicht sicher. Es ist noch nicht zu spät diesem Umkehren. Ich bin nicht böse. Jeden Tag. Was? Oh wow, hier. Ach Gott, ich muss da noch ganz oben. Hab ich mir aufs Glück getroffen? Jo moin. Ist da noch irgendwie bei der Höhe, oder? Da oben, oder? Das ist ein guter Spot. Oh nein. Oh nein. Ich dachte, ich bin tot. Ich muss da hin, oder? Uh. Das war knapp. Ja, ich muss da rüber. Ich muss hier kurz warten. Ich muss da hin schießen. Und wieder durch das Orangen. Dann sind wir hier. So. Oh, holy shit. Das ist viel nachgedenklich hier gerade. Nur viel nachgedacht. So, wir folgen jetzt einfach mal hier diesen Röhren. So, wir sind so knapp. So, wir sind so knapp. Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man da überlaut denkt. Irgendwann können wir darüber lachen. Das war halt nicht gut geschossen. So, oder? Ja, so passt. Ja, so passt es. Komm. Boah. Knapp. Bin knapp gestorben. Habe es aber geschafft. Da runter. Da runter. Ich auch wenigstens im Verein kann man hier euch mit trauen, alter. Kommt schon bitte. Help. Hier war schon immer jemand. Und hier übe all dick Blut, oder was? Oder ist Blut? Oder ist Rost? Die haben Bohnen gegessen. Okay. Von so hin. Bzw. Vom Computer. Wasser. Ja, okay. Dann geht's zurück, ne? Könnte ich nicht mehr das Proviant, du bist noch zu. Ich kann mal essen. Wie geht's hier los? Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Was ist hier los? Oh Gott. Äh? Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein. Lass das sein. Hallo? Kannst du mal sterben? Hi. Ich war jetzt knapp bei dem. Das ist schön. Keiner da. Keiner da. Oh Gott. Moment, da ist welchen Wasser da. Ja, ich hab zumindest was gesehen. So ein Glasfäure wieder. Okay. Das ist hier unten. Moment. Der ist defekt, oder? Hören Sie mich? Ja, der ist defekt. Alles klar. Gut. Der ist einfach nur defekt. Okay. Dann hat das doch gepasst. Und dann wieder rüber. Und dann müssen wir gucken, da geht's weiter. Ja. Ich hoffe wirklich hier, die kann man dem Feind trauen, ey. Nicht, dass man noch von dem Feind verarscht wird. Bitte lass mich runter. Ja, okay. Ich hab dich runtergelassen. Ich hab dich runtergelassen. Und das ist schön, dass du mir verzeihst, ja? Das ist sehr, sehr schön. So. Deswegen muss ich einmal hier kurz blau schießen. Ich darf das blaue Partei nicht verändern. Ich muss nur das so Warnschirmeteil verändern. Okay. Habe ich schon geschafft. Das ist Ihre Schuld. Es musste nicht so kommen. So. Ich würde sagen... Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte Sie. Okay. Ich würde sagen, hier machen wir den nächsten... Ich töte Sie und der ganze Kuchen ist weg. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Das ist die letzte Chance. Es gibt keinen Kuchen, wollte ich nur sagen. Ich würde sagen, das war's für diesen paar Worte. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Und... Ciao.